Technologien können Fluch, aber auch Segen sein, wenn es um eine nachhaltige Zukunft geht. Wie können wir denn nun möglichst neutral und auf Basis allgemeiner wissenschaftlicher Standards neue Technologien einschätzen und mit Blick auf Nachhaltigkeit bewerten? Dafür lernt ihr in dieser Lektion das Gebiet der Technikfolgenabschätzung kennen, die zu Rate gezogen werden kann, wenn es um die entsprechende Bewertung von neuen Technologien geht. Schaut euch nun direkt an, was Technikfolgenabschätzung bedeutet und lernt anhand zentraler Begriffe, wie auch ihr konkret Technologien bewerten könnt. Legen wir einfach los.